ARD Text im Auftrag von Funk Piepen an Du möchtest also Paul Piepen einrufen, richtig? Ja Paul didn't, okay Paul Piepen wird angerufen Wo bleibste Piepen wir mal, wir warten hier auf dich Willst du an Pimmel? Oh lol, ja warte Komm mal ran, wir haben hier volles Team Ja warte Lotte, ich komm hoch gerannt Hoch gerannt, er fährt erstmal mit Auto rüber Ja Leute, wir werden eben Zwei Duplo holen, eben nach Netto nebenan Ab in den Piepen halt auch bestimmt so eine UHZ So ein Cabrio UHZ Dach offen, Schlüssel steckt immer Amarok, Alter, Amarok So, jetzt gibt Kiel Auf der anderen Seite Auf der anderen Seite Was ist das? Auf der anderen Seite Was ist ein schitten Auto? Farbe? Naja, ist immer Farbe Ja Ich meine, ich hab jetzt auch schon oft zu Tobi und Tobi zu mir gesagt, aber war es dann ein scheiß Fack Es gibt doch Boote? Ja Vor uns fährt eins Ja, tatsächlich Nördlich, 20 Wo ist das Auto? Östlich Ähm, links Lass sie weiter Lass sie eben damit über die Brücke fahren und dann weiterlaufen Ja, würde ich auch sagen Oder ist das ein Fack? Ne, ist ein Auto Vor uns Also, am Berg Hoch Ähm Süd- Südöstlich Zehn, warte Ich hab' ihn ausgedrückt, guck mal Komm, hast du mir helfen? Ja, aber Ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn Oh, jetzt schuss auf mich Am Baum, am Baum vor mir Da ging ein paar Schuss auf mich Hobi, kannst du ihn machen? Mir helfen Ja, weiter Ja, weiter Hab' ihn ausgenockt Kann ich mal lang, Tobi Also, vor mir direkt, wo ich gestorben bin Tipp mal Bin vor dem Haus Ja, ich muss Ich bin da Ich hab' ihn da Boah, wie ich ihn wegficken könnte Oh, ich seh' Tobi, er rennt zu mir, er rennt zu mir Mach ihn schnell Wo ist Tobi, er finnisch mich? Ich seh' dich Ich bin in keinem Fenster. Du bist auch im Haus drin, dann kannst du mich auch nicht sehen. Hab ihn. So. Einer hat dich noch ausgenommen. Boah. Man, warum ich dann immer so früh ist? Fuck mich voll ab. Pfff. Immer krieg ich voll die Boatzeiten von allen Seiten. Also ich seh einen und dann... Du bist immer der Büchspürzer und nimm in der Bude sitzen. Und locker. Glaub, die hatten es alle auf dieses scheiß Auto abgesehen. Irgendwenn hat ihn noch hier ohnmächtig geschossen, das weiß ich. Ja, ich glaub den hast du tot. Der war... Südöstlich. Hier war der. Ne, war der links. Ja, da oben, der ist hochgecrocht. Ne. So, da war die Box. Ja, aber ne, das war der, der auf dich geschossen hat. Den hab ich sofort nen Kopfschuss gegeben.